Zeitgegrüßt du Shorts of War Ich hatte gerade schon wieder Black Screen gehabt und war gerade schon dabei Ja hatte wieder vergessen als Anstrator zu öffnen Nochmal Glück gehabt, dass es mir direkt aufgefallen ist und ich das schnell machen konnte Kein schweres, ist gar kein Problem Einfach mal eben hier zu machen Und ja, heute spiele ich wohl Ich habe gestern bei dem Twitch Stream gespielt Der Anfang war wirklich gut, direkt eine dreifache Eliminierung habe ich hingekriegt Direkt am Start, das war alles gegen Level 30er aufwärts Keine Ahnung, weil ich weiß nicht, ob die Farben mit dem Level da ist Aber direkt eine dreifache Eliminierung hingelegt mit Ryudo Super Start gehabt und danach ging nichts mehr Nach der dreifache Eliminierung war vorbei mit unserem Team Dann ging alles schief Aber ich hatte auch einen sehr starken Gegner gehabt Also ich hatte einen Blitz als Gegner, der war extrem stark Der kam reingesprungen, hat seine Schallwelle gemacht, meine Fähigkeiten deaktiviert Ich hatte einmal auf mich geschossen, tot war ich Also ich hatte Null Schocks Also Das war Keine Ahnung Das war richtig schlimm Halt, keine Chance halt Ne Okay Ja, der hat mich kommen sehen Ja, ich Idiot Ich bin ja auch hier rum am testen, wegen dem Ton gerade So So Ja, ist doch gut, Mann Ich würde überlegen Ich würde überlegen Ja, müsste funktionieren hier Ich habe jetzt gerade Ja Was machen die, Alter, was machen die alle hier Richtig schlimm Richtig schlimm Laufen wir jetzt alle hinterher, oder was Ich laufe an der Void hinterher Boah, bist so dünn wie mir, ne Jetzt ist der Void abgehauen, jetzt laufe an dem Hidu hinterher Das sind die Idioten, ne Das ist bei diesem Feinz einfach mal hinterherlaufen, was Der Void ist auch wieder da Ja Ja, ja, ja Freundchen, sooo nicht Gerade Ich bin bei, an der Aufnahme Gucken Weil es lag ein bisschen bei mir gerade Verpiss dich Was wollen die eigentlich, verstehe ich nicht Klar Super Unser Rino ist natürlich abwesend Die haben Drohne unten auch übertrieben Ja Ist ja ein super Start hier In den, äh In die Runde hier Das ist echt super Und denn hier Grün Grün Weiß Blau Grün Grün Blau Ja, einer hat noch gar nichts gewählt Der eine Ist teilweise abwesend Na, das soll man dazu sagen, ne Es fällt einem ja gar nichts ein Oh naja So, wir sind Level 4, wir sind Level 2 Ja Ja, ein sehr guter Start Ich brauche echt wieder ein Team Sonst geht es hier wieder Schief wie sonst was Ah ja, klar, dass er runterkommt Overlord Chaos Zeig dir erstmal Chaos Hm Gib mir doch nen Keks Level 5 sind die gleich Warte dir nur darauf, dass er eine Ulti kriegt Copy that Komm her du Ist das Tower schon weg oder Warum steh ich da so Erfolgreich Wenn ich Level 4 bin, kann ich erst was machen Ehh, eigentlich nicht unbedingt aber Dann gehen wir doch nen Keks, Jonge Ja, natürlich. Genau dann kriegt er seine Scheiß-Ulti. Guck mal, Splatline. Ne. Verstehe ich jetzt nicht. Splatline war an jedem Kill beteiligt, obwohl der Stryker mich gerade allein gekillt hat. Ah ne, wahrscheinlich so Drohnen-Kill oder so. Mhm. Aha. Ist klar. Wenn ich mit Woa die Raketen so abschließe, treffe ich keinen. Schon kurios, ne? Was ist das denn? Unser Dynamo. Sieht komisch aus. Hab ich so noch gar nicht gesehen. Ich spiele ja eh nur für meine Mission. Saja. Es ist ja egal. Ich muss ja nicht gewinnen, um die Mission zu absolvieren. Saja, kann es mir ja egal sein. Ja, ja. Alles klar. Wie zu früh, Idiot. Ja, die stehen ja schon vor dem richtigen Tor. Ich bin sicher. Oh nein, das ist schon mal der Fan hier rein. Du musst aufschlagen und laden an. Du 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 du. Der Bulldog läuft einfach nach nach oben. Er ist auch ein Bot. aber ist ja egal sind nur einer der wichtigsten Törme von daher lächerlich ich hab noch nicht aus meiner Ulti aber ist ja egal ist ja egal warum bin ich eigentlich schon mal in diesem Team was für Unfähigkeit trotzt das versteh ich irgendwie nicht das Spiel irgendwas gegen mich hat oder so? ich weiß es nicht jedes Mal bin ich in diesem Kackteam ja genau da sitzt ja eine Ulti ein voll los jetzt ja voll komm doch komm doch traust du dich gar nicht stehen zu bleiben ne? naja so ist das ja die sind schon Level 11 naja der Bot hat ja nur viel gebracht aber ich pohde mich einfach bringt ja nichts du 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 dumm du 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 dumm du 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 dumm na komm kleiner Mann da oben tja komm wir haben jedenfalls ein Tower von denen geschafft für was hab ich die Drohne da oben freigeschossen Deppen wovor waren die zu zweit da oben wir haben einfach nichts geschafft so da machen da oben ich geh nach unten wir haben bestimmt schon Artillerie drohen hier level vorsprang an die nein sie sind zu zweit da oben ich hätte gern so nen Aufgeben Button ganz ehrlich was du jetzt schon sagen kannst zack ich will Aufgeben weil ich keinen Bock auf so nen scheiß Team habe weil das echt meiner Meinung nach echt gar keinen Sinn macht hier überhaupt irgendwas noch zu machen es macht einfach keinen Sinn ich bin auf nen Keks auf solche Teams hab ich echt gar keine Lust ja ist ja klar dass wir zu zweit sind du 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 ich muss mir die Namen von meinem Team immer mal aufschreiben wenn ich schlecht bin sobald ich ein von denen in meiner Team hier streite aus dem Spiel raus ich weiß gar nicht ob wir das jetzt machen sollen ich weiß gar nicht ob ich das jetzt machen soll ich weiß gar nicht ob ich bleib gestehen oder ich weiß gar nicht das alles fertig machen wäre egal ich finde das mit der Niederlage sollte man kleiner schreiben da sind dann das eigentlich so ins Gesicht fliegt versteht ihr ja was soll man dazu sagen also diesmal kriege ich keine 7 Tokens hin das ist mir momentan echt zu blöd mit den Spielen hier tja boah keine 10 Minuten gegen das jetzt einfach 9 Kills das ist ja nicht so dass er im Team allgemein besser war aber guck mal wieviel Erfahrungspunkte die wir gemacht haben wenn wir mal das 4 bis 5 fache an Erfahrungspunkte gemacht haben ok das 3 bis 5 fache oder je nachdem hier sogar ne das 7 fache einfach mal ja ja dann verabschiede ich mich für diese Folge und sage dann bis zum nächsten wenn ich fast genauso scheiß verlaufen wird tschau bis zum nächsten bis zum nächsten bis zum nächsten